Ich kann dir heute verkünden, die neue Kindergrundsicherung kommt. Nach Jahrzehnten der politischen Diskussion ist es diese Bundesregierung, die eine Antwort auf Kinderarmut in Deutschland gefunden hat. Und darauf können wir stolz sein. Für die Kindergrundsicherung werden wir im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Euro veranschlagen. Nach 2025 gehen wir von einer steigenden Anspruchnahme aus. Bis dahin werden sich Kinderzuschlag, Kindergeld und Regelsätze weiter erhöhen. Und dass wir zu weiteren Verbesserungen für die Familien führen.